So, Mark, wo hängst du jetzt fest? Fühlt sich unwohl, schweißtreibendes Übel. Mark schwitzt und fühlt sich miserabel. Ich hatte mir hier auch mal so eine Bühne runtergeladen bei den Assets. Heißt, wir veranstalten hier direkt hinter dem Spielplatz noch so ein Mark Forster-Konzert. Dann kommen noch mehr Kinder. Warte, wenn ich hier die Abwasserleitung wirklich bis in die Bühne reinschiebe... Jawohl, genau so. Und die Chöre singen für dich. Danke dafür, Kim. This is us.